Unterwegs im Jura, oberhalb der Ortschaft Graval, in dessen Klettergarten, wo es wunderschöne Kalkfelsen hat und mehrere Sektoren. Links der Pich Graval. Der Jura ist auch ein Gebirge, 150 bis 200 Millionen Jahre alt. Verteilt auf die Schweiz, Deutschland und Frankreich. Der Fels besteht aus Kalk, Ton und Mergel. Vielen Dank an Nicole für die wunderschöne Klettertour. Wir wünschen allen gute Touren. Merci.